Gibt's Neuigkeiten zum Kanal auf WhatsApp? Alter, ich bin so ein scheiß Idiot. Ey, ich bin so ein Idiot. Ey, das kannst du dir... Ich hab bei Monte gesehen, dass er einen WhatsApp-Kanal aufgemacht hat. Was mach ich? Ich öffne eine WhatsApp-Gruppe, poste den Link in meine Story, wo jeder meine Nummer sehen kann. Ich dachte, ich seh nicht mehr richtig. Auf einmal rufen mich 50 Leute an. Ich so, nein, ich Idiot. Ich hab keinen Kanal geöffnet, sondern eine Gruppe, wo extra noch drübersteht. Halte diese Gruppe bitte privat und gib sie nur weiter an Leute, die deine Freunde sind. Ich lieg einfach meine Nummer, Alter. Das kannst du doch niemandem erzählen, wirklich. So eine Scheiße.